Es ist wie eine Klassenfahrt, nur ohne Lehrer. Also, alles ist erlaubt. Ich wollte, dass Peter einfach irgendwie großmöglichste Freude an dem Song hat, wo er sich selber auch sieht. Und das war eben der Song So Schön. Für mich ist das wirklich, glaube ich, ein Highlight meiner bisherigen Karriere. Und das wird wahrscheinlich auch in vielen Jahrzehnten hoffentlich noch ein Highlight sein.